Wegen Hurrikanschäden Aufgrund der Schäden durch die Hurrikaneärme und Maria fährt Ida Cruz's drei Karibik-Kämpseln in der Wintersaison 2017-18 nicht an. Die Hurrikansaison 2017 ist eine der schwersten der vergangenen Jahre. Auf vielen Karibik-Kämpseln und auf den vorgelagerten Kies in Florida gibt es starke Schäden. Das Kreuzfahrtunternehmen Ida streicht daher St. Martin, Dortela und Dominika auf seinen Routen im Winterprogramm. Betroffen sind die Kreuzfahrtschiffe Ida Luna, Ida Mar und Ida Diva, wie die Räderei mitteilt. Die Routen wurden geändert, bereits bezahlte Landausflüge auf die drei genannten Ränseln werden erstattet. Ida Cruz's bietet Gästen verschiedene alternative Ziele inklusive Ausflugsprogramm an. Alle aktuellen Reisehinweise finden Sie auf der Ida-Seite. Die neuen Angebote sollen nach Räderei-Angaben zeitnah auf dem Online-Portal Myada einsehbar sein. Hurrikan-Ärme hatte St. Martin schwer verwüstet, Hurrikan Maria Dominika. Auch MSC Coses hat seine Routen angepasst. Die Räderei ist im Winter zunächst mit vier Schiffen in der Karibik unterwegs, ab Dezember zusätzlich mit der MSC Seaside. Dieses Schiff wird statt auf St. Martin in St. John's of Antiohr Halt machen. Auf den Reisen der MSC Fantasia ersetzt La Romana in der Dominikanischen Republik den Anlauf auf Dortola, Passet Air of St. Kitts und Nivis ersetzt Dominika. Mehrere Ersatzhäfen steuert zudem die MSC Divina an. Hier wurden ebenfalls St. Martin und Tortola gestrichen. Die Kreuzfahrten auf der MSC Opera und MSC Ammonia Pavone auf Kuba bleiben nach Angaben der Räderei unverändert. Norwegian Cruise Line hat die Karibikroute der Norwegian Escape geendet. St. Martin sowie die britischen und amerikanischen Jungferninsern werden vorerst nicht angelaufen. Royal Caribbean hat die Stopps von mehreren Schiffen auf St. Martin, St. Thomas schrägstrich amerikanische Jungferninsern und Insanion auf Puerto Rico ebenfalls gestrichen und durch andere Inseln ersetzt. Wie bereits mehrere andere Rädereien zuvor hat im Oktober 2017 auch Costa Kreuzfahrten die Änderung ihrer Karibikrouten im Winter wegen der Hurekanschäden angekündigt. Betroffen sind die Fahrten von Costa Magica, Costa Deliciosa und Costa Pacifica. Die Anläufe auf Dominica, den britischen Jungferninseln, Tortola, und Sintmaten wurden durch andere Häfen ersetzt. Die Costa Magica zum Beispiel läuft nun die ABC-Inseln Erube, Bonnare und Cursau an. E. I. J. P.